Junge Frau, bei so einem heißen Sommer, da brauchen Sie doch bestimmt eine Erfrischung, oder? Ne, wo soll ich jetzt damit hin? Nehmen Sie ruhig. Ich habe noch genug, kein Problem. Ne, danke. Ich habe noch genug. Ne, nehmen Sie da. Ne, ich habe genug, wirklich. Sie können es ruhig behalten. Aber wo soll ich denn jetzt da hin? Ich will einkaufen. Na, zur Erfrischung. Ne, da schmeiße ich jetzt ja hin. Sie können doch das nicht wegschmeißen, das ist Erfrischung. Ne, wo soll ich denn damit hin jetzt? Na, Erfrischung. Ne, dann geben Sie es jemand anders. Erfrischung. Soll ich euch ein bisschen Sonnencreme auftragen? Das ist gerade ganz mies. Und in die Zeit ist es besonders schlimm. Ich habe draußen gesehen, dass es ein bisschen dreckig ist. Ich mache einfach ein bisschen sauber. Ein bisschen Entstauben ist wichtig. Ich mache es auch kostenlos, keine Sorge. Also ich verlange dafür nichts. Einfach nur so ein bisschen Altruismus. Ja, aber kann man ja ein bisschen gründlicher quasi machen. Sieht schon gleich viel besser aus. Da kommen die Kunden hier reingesprudelt. Ja, hier ist Problemzone. Ich habe einen Bruss Shot. Gute Frau, bevor Sie da reingehen, kann ich Ihnen ein portables Bidet anbieten. Das ist einfach der nächste Schritt in der Analhygiene. Das ist der Wahnsinn. Es ist viel besser als Klopapier. Schön, Wasser, Spritzi, Spritzi. Danke. Sie verzichten, sind Sie sich sicher? Ja, ich verzichte. Ich will Ihnen nur helfen. Es ist auch kostenlos. Ich will da für nichts. Nee, danke. Nicht ein bisschen Hygiene. Nee. Sie wollen keine Hygiene? Ich habe genug Hygiene. Sie machen genug Hygiene. Na gut. Aber man kann nie genug Hygiene. Na gut. Dann viel Spaß. Hallo. Ja, kleine Unterstützung. Das brauchen wir nicht. Für die Arbeit. Das ist doch bares Geld. Ja, dann gib ab. In Zimmern ist es nicht, Jutta. Nee, wir kriegen alles abgeholt. Aber können Sie ja mit dazulegen. Ich wollte nur eine gute Tat. Danke. Geht. Ich kann es auch einfach hier. Nein. Ich will ja auch was zum Naschen haben. Bisschen was auf Kralle. Kleine Konsensknabberei. Da kannst du ja jeder drauf einigen, oder? Ich habe gerade Haribo's gegessen. Ja. Auch was, danke. Du? Das war nicht genügend. Ich habe noch mehr, wo das herkommt. Es quillt mir aus jeder Pore. Ist gut, oder? Mhm. Komm, sei kein Frosch. Eine. Dankeschön. Danke. Jan, schönen Tag noch. Sehr gut. Und wenn Sie gerade so viel Nasenrotz verlieren, dann lieber schnell was trinken. Dehydrieren ist echt nicht gesund. Nee, das passt. Sie haben genug? Ja. Das ist wirklich bei dem Wetter, das ist gefährlich. Aber das ist lieblich. Ja, man muss da wirklich aufpassen. Warte, ich habe da was. Ich habe was in meinem Kasten. Warte, hier. Du brauchst einen Verband hier irgendwie. Okay, danke. Ich habe alles hier. Auch eine Creme hier. Arnica ist ganz gut. Schmerzsalbe. Ist ja alles gut, danke. Sicher? Ja. Ich habe alles. Na, ihr junges Gemüse. Ihr wollt doch bestimmt mal in meiner Powerbank zutschen, oder? Braucht jemand Saft? Echt nicht. Ein paar Prozente. Wie viel hast du noch? Reicht das? Ja, geht. Sie schieben, du schwer. Wollen Sie sich setzen? Ich wollte hier gerade wenden. Nicht jetzt wegen mir. Keine falsche Bescheidenheit. Ich habe ein bisschen Unterstützung. Sag mal. Ich wollte Sie ein bisschen finanziell unterstützen. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt dabei geholfen, einen guten Tag zu haben. Ich habe auf jeden Fall einen noch besseren Tag, wenn ihr bei mir mal auf Twitch vorbeischaut. Montag und Mittwoch, jedes Mal 20 Uhr. Und im September noch sehr viel mehr, denn unregelmäßig werde ich spontan Livestreams machen aus Japan. 30 Tage unter freiem Himmel komplett, nur mit Schlafsack, werde ich durch Japan ziehen. Zusammen mit Malin. Das ist der absolute Wahnsinn, da freue ich mich drauf. Und da könnt ihr auch richtig fett mal die Glocke aktivieren bei Twitch, damit ihr da nichts verpasst. Und generell mehr Infos auch auf meinem Zweitkanal dazu. Und auch da kommen noch mehr Videos und Public Prank Compilation und Gamescom ist auch noch. Vielen Dank für Support, vielen Dank fürs Schauen, vielen Dank für alles und auf Wiedersehen. So, jetzt wird es langsam rot für die Autos. Dann machen wir mal. Langsam. Wie die Ampel.